Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Trading Tipp heute am Donnerstag. Das Umfeld hat sich wieder deutlich verbessert für Aktien. Der DAX heute Morgen schon wieder über 16.000 Punkten, wie auch gestern am Handelsende. Und das Umfeld hat sich laut Goldman Sachs auch für Fresenius Medical Care verbessert. Der Kostendruck würde nachlassen und entsprechend die Aussichten für weitere Gewinnsteigerungen bei FMC, kürze ich jetzt mal so ab, verbessern. Und man hat ein Kursziel von 56 Euro bei der Neuaufnahme der Coverage entschieden. Und das ist durchaus ein stattliches Kursziel, wenn man sich die Kursentwicklung der letzten Wochen anschaut. Natürlich auch aus charttechnischer Sicht ein Grund, die Aktie sich mal auf die Watchlist oder ins Depot zu legen. Und wenn man eben etwas mehr herausholen will, dann nimmt man eben einen Schein. Vielleicht noch mal ein Blick auf den längerfristigen Chart. Genau. Also wir haben gesehen dieses aufsteigende Dreieck. Die Differenz waren so um die 5 Euro. Und wenn wir die jetzt da ansetzen an die 46, dann sind wir hier im Bereich 51 Euro. 50 ist natürlich auch eine psychologisch wichtige Marke, aber wir können durchaus dahin. Und das sind 10 Prozent. Und die versuchen wir hier mit einem Call-Optionsschein zu steigern, zu verbessern, zu erhöhen. MB4 W06 ist die WKN. Der Schein kostet 45 Cent, hat ein Omega von 5,3. Und den Stoppkurs, den würde ich bei 37 Cent platzieren. Gestern war Siemens. Sehr gut angelaufen gewesen. Heute ein paar Gewinnmitnahmen. Das ist leider so. Wir sehen, die Aktie muss über die 150 Euro. Das würde neues Kurspotenzial entfachen. Und dann wären wir sicherlich auch schnell wieder im Bereich 160. Wir haben uns deswegen auch für einen Call entschieden, weil die Aktie einfach längerfristig interessant ist. Empfohlen zu 1,12. Jetzt 1,18. Die Basis ist 150 Euro. Laufzeit März 2024. Also auf jeden Fall eine saubere Sache. Das war es schon wieder. Ich wünsche Ihnen sehr gute Kurse für heute und für die nächsten Tage. Würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Kurz nach 9.30 Uhr dürfte der Trading Tip online sein. Bis dahin. Machen Sie es gut.